so hallo mal wieder ja ihr habt richtig gelesen und ja ihr seht richtig das neue schlümpfe magazin die schlümpfe magazin nummer fünf für fünf euro fast nummer fünf für fünf euro mit krokodil wackelzahn ja in mini ihr kennt das gibt es in groß früher als kind habe ich damit auch immer öfters mal gespielt war richtig witzig und jetzt so für nebenbei zum mitnehmen passt gucken uns gleich mal an wie die qualität ist aber nichtsdestotrotz blättern wir natürlich jetzt erst mal in die schlümpfe magazin nummer fünf drin herum da ist es wackelzahn oder schnapp zu krokodil ja wo kommt ihr denn her aus schlümpfhausen bitte sehr ja jeder kennt das lied von den blauen bewohner und gaga mail aber ist trotzdem recht witzig ist zwar eine ganz lange zeit her das ist ja jetzt von die neuen schlümpfe seht ihr ganz anders gemacht so in diese 3d optik 4d optik ich finde die alten immer noch da ist das poster rätsel spaß er sieht witzig aus jetzt natürlich mit der comic beinlage weiter da kriegt gagamil einmal in den kipps kleomil magazine boxe ich auch immer wieder mal zwischendurch an hier zeichnen nach zahlen müsste eigentlich gagamil rauskommen so wie es aussieht rätsel spaß es ist alles gegeben es ist ein kurzes knackiges magazin mit 32 33 seiten mehr hat es nicht kostet fünf euro dafür gibt es jetzt krokodile buckets dabei so ups ihr habt gesehen ich habe nichts gemacht nichts gemacht bin unschuldig aber ist nichts kaputt da könnt ihr wahrscheinlich die zähne einstellen ist ein bisschen ausgeleitet seht ihr ist locker jetzt drücken wir mal drauf wie es ist hinten nicht da war es der zweite von hinten und schon schnappt dazu jetzt mache ich wieder auf jetzt der zweite von hinten ist es nicht mehr er verändert sich also immer noch wie bei den großen aber ihr seht es selber ihr müsst aufpassen dass es nicht locker ist es ist zwar nicht schlimm ihr könnt es ja ankleben aber ihr seht es selber weil es ein bisschen gedehnt ist ist er locker jetzt müsste wieder woanders und war hier vorne er schnappt zu so es ist ein witziges spiel es ist klein kann man unterwegs mitnehmen aber wie gesagt die qualität naja ihr habt's gesehen ist jetzt nicht so berauschend besonders weil die dinger hier los sind wie gesagt die kann man ankleben geht aber auch nicht weil sich das hier drehen muss geht nicht alle vielleicht hier was reinstecken oder kurz warm machen und dann dran machen aber ihr habt gesehen die qualität naja sonst ist das spiel witzig das krokodil das zahnkrokodil was haltet ihr von befindet erst jetzt eure meinung eure kommentare ich werde natürlich irgendwas von der schimpfer unter das video verlinken sicher bequem und günstig auf jeden fall ihr schreibt mir jetzt eure meinung eure kommentare dazu und das aller wichtigste ist bleibt gesund ihr und eurer familien und dann wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020